Ja, über meinen Werdegang haben wir ja schon kurz geredet gerade. Also ich habe Fernsehen mehr oder weniger gelernt während einem Auslandssemester und das dort auch sehr aufgesaugt an der SAU in Carbendale. Dann diesen Campusfernseh, das ergründet ProjekteTV, war dann bei Okto, habe dann einen Lehrauftrag an der FH St. Pölten bekommen und so weiter und so fort und bin dann beim Medienzoo Bewegtbildkommunikation gelandet. Was machen wir? Wir erzählen Geschichten mit bewegten Bildern und unsere Spezialität ist, dass wir sehr interdisziplinär arbeiten und dass wir Dinge hinterfragen, das gehört im Prinzip zu unserem täglichen Brot. Ja, das sind diese Herrschaften hier übrigens alles Männer. Die haben mehr oder weniger den Grundstein für das Fernsehen gelegt. Also der Herr Braun hat die Kathodenstrahleröhre erfunden, der Herr Nipkow ein Abtastverfahren, der Marconi die Übertragung. Bild und Fansworth, weitere Techniken für die Fernsehübertragung. 1936 dann mit den Olympischen Spielen, ja zum ersten Mal wirklich im Regelbetrieb. Ja, begonnen hat es mit Terrestrisch, dann Carb-Farb-Fernsehen mit NTSC in Amerika, Pal in Österreich, in Europa, Kabel-Fernsehen, VHS. Nach sechs Minuten müsste es zehn Uhr sein. Dalli? Dalli. Kochen. Praxen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich gerührt. Der nächste Musikantenstadl kommt am 10. November live aus der Sporthalle in Steyr. Ja, in dieser Zeit war Fernsehen das Leitmedium schlechthin. Jetzt ist es nach wie vor, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Weitere Entwicklungen waren dann Teletext, die Satellitenrevolution Ende der 80er Jahre mit den ganzen privaten Senden, die kamen. Pal Plus, 16 zu 9, analoges Fernsehen. Und mit der Fußball-EM 2008, ORF 1 in HD. Übrigens der erste HD-Sender in Europa. Ja, die Kabel-Sat-Revolution ist dann mit der Terrestrik, mit der digitalen Terrestrik gekommen. Niemand wollte eine DVB-T-Box ums gleiche Geld kaufen wie eine DVB-S-Box. Und führte zur Granularisierung, Segmentierung des Marktes. Hier sieht man die zwei verschiedenen Modelle. Das links ist das dialogische Medium Fernsehen, einer zu vielen und rechts das vernetzte Modell des Internets. Ich will ja eigentlich heute auch ein bisschen über das Internet sprechen. Das Internet ging aus dem APA-Projekt hervor in den USA. Das war so das erste Gateway in dieses Netz, beziehungsweise das die Großrechenanlagen der Unis miteinander verbunden hat. Die Idee war, dass man gleichberechtigt auf Augenhöhe Endknoten miteinander verbindet. Ja, dieses Geräusch kennen wir auch alle noch. Der Webbrowser wurde dann erst in den 90er Jahren entwickelt. 2001 gab es dann gleich darauf den .com-Crash. Dann kam das Web 2.0 mit Blogging und Social Media. Und mittlerweile ist das Web organisiert oder wird organisiert, vornehmlich von Google. Und das ist das Web 3.0, wenn man so will, das Semantic Web. Hier haben wir die Darreichungsformen, die es gibt auf Bildschirmen. Lean forward, also etwas, wo ich nach vorne gebrägt arbeite, aktiv bin, lean backward auf der Couch. Dann die Second Screen Nutzung, haben wir im Bild davor gesehen, wo jemand vor dem Fernsehgerät sitzt und gleichzeitig surft. Und der Web ist dead, ganz einfach. 80% des Web-Traffics wurde gebrowsed mit dem Aufkommen des iPads, ist es aber extrem hinuntergegangen, da die Apps jetzt gekommen sind. Wir geben eigentlich durch den Kauf eines Apps irrsinnig viel her, weil wir einerseits unsere Adressdaten zum Beispiel freiwillig preisgeben, andererseits ist die Kommunikation nicht mehr auf gleicher Ebene. Wir sind eigentlich in so einer Art Schrebergarten aus Apps und nicht mehr im offenen Internet. So, hier weiter die Entwicklung des Fernsehens. Smart TV und auch HBB-TV ist im Prinzip die Verbindung der Setup-Box mit dem Internet mit Zusatznutzen in Form von Kaufangeboten. Im Prinzip ist es eine Dienstleistung für die Werbung, aber auch für die Unterhaltung. Ich kann online Filme kaufen, Gaming machen, Fitness und so weiter. Nächste Folge, ja, der Twitter ist der Rückkanal im Fernsehen. Und wer gestern das Gerichtsurteil mitverfolgt hat, der ORF ist verurteilt worden, dass sie keine Social-Media-Angebote mehr nutzen dürfen, was so etwas ist wie ein Schuss ins Knie, weil dem ORF damit die Zukunft im Prinzip verbaut wird. Der Rückkanal fehlt komplett. Der Rückkanal, der sich nämlich genau aus diesen Social-Media-Angeboten zusammensetzt, die Usern twittern, was geschaut wird, die Userin oder der User interagiert mit dem Fernsehprogramm. Was gibt es dann noch? Es gibt den dritten Mediensektor, wo ich eben gearbeitet habe, bei einem partizipativen Fernsehsender wie Okto. Das ist ein Bereich, wo Bürger, Bürgerinnen selber Fernsehen machen. Sehr spannender Bereich, der im Prinzip mit YouTube auch hier und jetzt angekommen ist. Ja, die Zukunft der Sender, die Sender werden sich nur behaupten können, wenn sie auch wirklich relevante Produktionen machen. Dazu gehört nicht der Einheitsbrei aus US-amerikanischen Serien, sondern ganz bestimmt Public-Value-Programme, bedeutet öffentlicher Mehrwert und Programme, die originär sind und lokal produziert sind, wo lokalen Mehrwert haben. Ja, wie geht es weiter? Also wir vom Medienzoo glauben, dass eine weitere Personalisierung stattfinden wird im Web. Es wird sich mehr oder weniger jeder selber seinen Sender gestalten mit den Tools, die es gibt, den technischen. Und wir wollen da mitmischen. Applaus und wir wollen da mitmischen Stelle begründet proprioinken, dass eineенное Signalstation haben müssen, dass eine Spielzeit haben, weil das eine Fünferde ist nicht mehr als leopard, das ist ein Vanguard, derilynne mit disability 예쁘kulattern dignitarieden. Vielen Dank.